Sange Kondo, 68 cm Großei weiblich, bringt jetzt erst Sumi, hat als Nisai ausgesehen wie Akohaku. Ich habe ihn aber als Sange gekauft, also muss er irgendwann der Sumi kommen oder sollte es kommen, also hier relativ spät. Muss man schauen, was er bringt, ansonsten sehr schöner Fisch, plakativ, gute Körperform, 75 cm, vielleicht etwas mehr im Endmaß, bei Bedarf, der Fisch kann noch da bleiben bis Mai, Juno, das ist klar. Wer hier seinen Wunschfisch gefunden hat, kann sich gerne melden. Bis zum nächsten Mal.